Er sagt, wir brauchen die Welt, wir brauchen die Welt, wir brauchen die Welt, wir brauchen die Welt. Egal ob es Bangladesch, Ungarn oder Lettland oder Indien oder Pakistan ist, dort die Leute so einen Lohn kriegen, dass davon sie noch nicht mehr leben können. Ausbeutung, die wir uns nicht anziehen. Unschlagbar! 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 Woher du kamst, wollen wir nicht wissen. Woher du kamst, wollen wir nicht wissen. Du genübst uns in all deiner Kraft. Woher du kamst, wollen wir nicht wissen. So groß ist es nicht. So groß ist es nicht.